Wir machen ein bisschen Improvisation und beginnt, internal zu bewegen. Du beginnst mit deinen Organs. Du kannst dir vorstellen, dass du wirklich sehr kleine Bewegungen machst. Versuch, cirkliche Bewegungen zu bewegen. Hört schnell! Es sieht nicht schlecht aus, aber versucht, dass ihr wirklich, ich sehe euch ein bisschen so, wenn ihr hochkommt. Sondern versucht, wenn ihr hochkommt, wirklich hochkommen. Das heisst, auch mit dem Blick im Horizont. Lecker ist super fein. 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 Das linke Bein ist lockert. Wir machen zwei Kreise mit der rechten Hüfte. 1 2 Schau, dass ihr mit dem Fuss unten und nicht hin und her gewackelt ist, sondern dass der Fuss stabil ist. 2 1 2 1 2 2 3 4 5 6